Facen? Besichten? Oh oh. Ich hab ganz schön viele hier. Ich bin gleich tot. Hallo Leute, hier sind wieder MacFastion 2051. Varuna im See. Baby, hi. Doch schön. Willkommen zurück zu Minecraft City 2 von Varuna. Der nach dem Tod seiner letzten Folge erstmal ewig zurückgereist ist und da sind wir jetzt noch sehr viele Blöcke weitermarschiert. Aber sowas von. Und haben dort vorne dann das Darkland Biom gefunden und wir kann es gar nicht abwarten dahin zu kommen. Äh, Darklands. Ich hab's noch nicht gesehen, aber wir haben gesagt, wir müssen auch nur ein paar Zombies killen. Äh, Monster halt, das ist keine Zombie. Es gibt auch Zombies, aber das sind die ganz billigen. Ah. Und deshalb, äh, hol ich grad mal hier noch ein bisschen Cobblestone. Dann bring's mir welchen mit, ich brauch auch noch Waffen. Ich hab nichts, meine Axt ist gleich kaputt. Ne, ich hab hier sogar einen Block stehen. Aber vielleicht soll ich den einfach mitnehmen. Hühnchen. Dark Chicken. Wie, Dark Chicken heißt das hier? Ist wohl alles Dark. So genannt. Baue ich aber Baum ab oder ist das ganz andere? Doch, Dark Rockland Woods. Seht den Baum nicht, es ist zu dunkel. Seht ihr was? Ja, es geht. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen von dem Holz für die Kisten. Ja, ich hab ein Zeppling, super. Ähm, Pisten bauen zu können, brauchen wir das hier, dieses Holz. Deswegen dann auch Zeppling, damit wir was haben. Aber den dürfen wir dann Gott sei Dank bei uns ganz normal antraten. Ja. Und der wächst auch, also. Ja. Und wenn wir dann in irgendeiner Art und Weise weitermachen wollen, brauchen wir, äh, so ein spezielles Juwel. Keine Ahnung, wie es heißt, mit Schnackung. Äh, und dafür müssen wir Monster klatschen. Okay. Ich muss gleich mal den Hund beruhigen. Der geht gerade jetzt voll ab, wo die Folge offiziell begonnen hat. Da fängt gleich noch ein Telefon, WhatsApp. Ah, bitte nicht. Was war denn hier, weiß es? Geht mal nicht kaputt. Scheint eine Art Stein zu sein. So, ich hab euch noch ein paar Äxte gemacht. Bone Block. Knochenblock. Brauchst du nicht, haben wir schon. Okay, für mich sind die Genereien. Für mich sind die Genereien. Für mich sind die Neue. Stacks. Hm. Scheiß Chicken, geh weg. Gackert die ganze Zeit. So, und das Hundiger Cut, damit ich's abschlagen kann. Moment, ich mach mal grad die Tür zu. Mal laden wieder hoch und das Fenster auf. Danke. Oh, Glenwoods. Slate. Weg damit. Mal ein bisschen Platz machen im Inventar. Todes Kompass brauche ich auch nicht mehr. Ähm, die brauche ich auch nicht. Ähm, die brauche ich auch nicht. Raw Meat. Naja. Äh, ich hab noch irgendwie Flintwork Blades. Melia. Das hättest du mir sagen sollen, bevor ich hier den Baum entblättert hab. Juh, juh, juh. Juh, juh, juh. Zwei hab ich. Ein halbes und ein ganzes. Aber ich hab ja zwei Saplings mittlerweile, dann sind die Blades auch nicht mehr so wichtig. So, was müssen wir denn jetzt hier noch machen? So, braucht nur jemand eine ganze Axt, die gibt am meisten Damage. Ja bitte, meine ist zu wenig. Ist aber auch schweinig langsam. Ähm, wie gesagt, jetzt müssen wir Monster klatschen. Och, dankeschön. Seine alte war ziemlich im Sack. Ist er sie weggeworfen? Ja, die alte natürlich, nicht die neue. Ja, kannst du doch zusammen craften, zwei schlechte. Das dürfen wir schon tun, cool. Ich hab aber jetzt nur die ganzen von dir. Dann hol ich sie mir nachher nochmal. Egal, wo müssen wir denn jetzt hin, hier. Jetzt sind wir in die Darklands und... Da drüben sind irgendwelche Dinger, die ziehen einen schwarzen Streit. Ja, ich finde das sicher. Oh ja, da kommt was. Äh, ein Seelenfresser oder wie auch immer den? Shadow Monster. Wie heißen die Dementoren aus Harry Potter? Genau, so sehen die Teile aus. Shadow Game Shard habe ich gekriegt. Ja, genau. Davon brauchen wir zwei, drei Dutzend mindestens. Wut? Das tut weh ohne Ende. Viele? Vielleicht sollten die sich auf einen facen und die anderen hauen drauf. Facen? Besichten? Oh oh. Äh, ich hab ganz schön viele hier. Ich bin gleich tot. Nein, bitte nicht schon wieder. Wie die Folge jetzt dreist durch ist, ist mir egal. Da kommen sie. Dann rette mich. Versuch's. Creeper von hinten ist immer wieder spaßig. Rettet mich. Ich habe gegessen, aber ich reg ja nicht. Ich reg ja nicht. Ich reg ja nicht. Jetzt machen sie mich über. Ich bin auch völlig unausgeglichen gegessen. Oh nein, hier sind wir. Weg hier! Flucht! Maybe, guckt einfach nur zu. Toll, geil. Ich hab mein Inventar ausgeräumt. Und jetzt mache ich es tot. Im Gegensatz zu euch. Fünf Dark Gem. Wow, ich habe ein komplettes Dark Gem bekommen. Sehr geil. Damit können wir schon mal Fortschritt machen. Aber wenn wir mehrere Sachen bauen wollen und bräuchten wir noch ein bisschen mehr. Also. Äh. Äh. Komm Piranhas. Ich sehe gerade den ersten live. Er liegt auf meinem Tod. Ich glaube, ich sollte mal was Nahrhaftes essen. Dann wäre es mit etwas Grundnahrhaftem. So, Kartoffeln für mich. Ich hätte mir gezeigt, es gibt das Nahrungsmenü. Das sagt, ich sollte mal Weizenprodukte und Fleisch essen. So. Irgendwie hänge ich jetzt hier unten die ganzen Strawberry Mist fest. Ach, das ist so ein Mini. Shadow Creature, ein Mini. Vorsicht. Ich ganadier den. Ich sehe nicht. Bär ins Gesicht gehauen. Ich mag die Karte wirklich sehr, aber sie ist eindeutig zu groß. Also sie ist schon wieder verlaufen. Nein. Es nimmt einfach zu viel Platz weg für mich. Ach so, die rechts oben meinst du? Ja. Ne, den habe ich. Ich habe auch ein komplettes Shadow Gang gekommen und noch drei einzelne. Sehr schön. Ich habe nur ein bisschen Dark Oakland Woods. Gucken wir, dass wir jetzt die komplette Nacht hier sämtliche Monster, die wir hier finden, abschlachten. Alles mit dem, was wir kriegen können und dann gehen wir zurück tagsüber. Bumm. Kontrolliert. Ja. Der Platz ist wieder vor Freude. Dann haben wir nämlich das für das erste alles, was wir brauchen. Das ist doch gut. Aber die Nacht ist vorbei. Jetzt kommen normale Zombies. Oder wir werden die Schuhe raus. Pro Kiste, die man bauen will, ein Gem und so bedöhnt. Also. Kann relativ schnell sehr teuer werden. Außer wir bauen Crates, aber. Ah, da ist schon die Sonne. Da hat sich unser Abenteuer hier erledigt. Oh, da unten ist noch ein. Oh, jetzt bin ich so kurz vorm Sterben. Uh. Shadow Fragment. Jetzt habe ich zum ersten Mal Shadow Fragments gesammelt. Das sind Fragmenten, die muss man nachher in eine pferdebetriebene Presse stecken, damit da dann vollständig Juwelen bei rauskommen. Okay. Da kommen noch so ein paar Monster auf mich zu. Wo seid ihr? Ich bin alleine. Das ist hier unten bei den Kühen. Keine Ahnung, wo Kühe sind. Kann das sich doch verlaufen. Ah, dieses. Mini Vieh. Ein Bär. Bär. Guck mal. So. Ich mag das neue Kampfsystem gar nicht. Mehr Zielen, bevor man schlägt. Free Dival. Oh. Das ist aber ein großes Steak. Neben. Offen. Und Bärf. Bärenfett habe ich auch gekriegt. So. Hat jemand Holz? Mehr wieder du. Nehme ich an. Ich habe, äh. Oh gut, ja. Also auf. Ja, genau. Warte, hier dann. Ich habe Shadow Fragments und Shadow Game Shards. Ist das in Ordnung? Ja. Warte, dann teilen wir die auch noch ein bisschen auf. Dann haben wir einzelne mehr Platz im Inventar. Ja. So. Ja, Faden. Neh, Strings habe ich. Ich gebe gerne meine Shards und so ab. Ich brauche die. Gib die mal Mavir, weil der hat schon welche. Mavir. Ja. Inventar. Oh, damit können wir noch mindestens einen weiteren, ein weiteres Game craften. Ja. Ähm. Jetzt sind die... Ah, da ist so ein kleiner. Oh. Na, ich spawnen jetzt noch welche oder tun sie das nicht mehr jetzt, wo es eigentlich wieder hell ist? Ich glaube, jetzt kann ich... Malayan Blue Poppy. Was macht die? Das ist ne Poppy. Das ist ne Poppy. Das ist einfach nur ne Mondflüge. Das ist also tatsächlich relativ hell geworden. Doch die Landschaft wird lange nicht mehr so düster. Ich geh mal noch ein bisschen Bäumchen abbernten. Ja, bin ich schon dabei. Brauchen wir das Holz für irgendwas? Ja. Sagte ich doch vorhin für Kisten etc. Aber da brauchen wir auch nur eins. Also wir haben genug Holz. Wir brauchen jetzt hier keine weiteren Bäume zu holzen. Wir haben zwei Saplings. Wir haben genug Holz. Wir können uns jetzt wieder auf den Weg zurück machen. Machen wir hier einen Cut. Und sehen uns dann wieder, wenn wir wieder zu Hause sind, würde ich behaupten. Ja, aber die Folge ist erst sehr kurz, glaube ich. Oder? Es hat nur einen Cut. Bis später. Kein Schluss. Bye-bye. Er hat gecheatet, ist geflogen und hat es trotzdem nicht gefunden. Nee, 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 nee. Das muss ich dir jetzt vorhalten. Ja. War halt so. Hehehehe. Äh. Ich hab mir ein leckeres Hähnchen gebraten. Ups. Ja, toll, mehr wir. Gut. Ähm. Wir haben die Hölzer alle irgendwo untergebracht. Weißt du? Leder. Ah ja. Leder, genau. Das ist fertig. Äh. Tada. Brauchst du aber noch ein bisschen mehr, oder? Leather Rinse Repeat. Ja, das wird jetzt... Ach so, das geht ja gar nicht so. Ja. Was musst du damit machen? Ich muss wieder... Leder machen, haha. Ach, das heißt, ich muss wieder irgendwelche Tierhäute salzen und wässern. Genau. Du hast fünf von den Kühen im Inventar. Fünf von den Kühen? Ja. Was für Kühe? Ich hab dir fünf... Leder ins Inventar geschmissen. Ach so. So, was mach ich denn jetzt? Was machen wir denn mit dem Holzzeug jetzt? Ei aus dem Holz, äh, kann man sich die Truhe craften. Die Truhe? Ja. Storage Upgrade. So richtige. Ich finde kein Leder im Inventar. Ja, das ist ein Trinager. Hat Mabia das vielleicht mitgenommen? Ah, da... Kuhpelz. Ähm. Okay, dann muss ich glaube ich sogar noch irgendwie verarbeiten. Aha. Dann mach ich das mal. So richtig voll heute Abend. Ja, geht ordentlich ab. So Aufnahme. Da haben wir noch ein Heutungswerkzeug. War doch was. Vier Leute. Adam, ich hab kein Heuter mehr. Hat jemand von euch noch so ein Heutungswerkzeug übrig? Äh, äh, warum da oben liegen welche? Ne, ja genau, die hab ich da oben reingelegt. Mal gucken, ob das so geht. Ja. Oh, saugeil. Da kommen's fünf, vier Leder pro Kuh raus. Das ist mächtig. Ich mach hier mal dieses Dark... Ob bissl... Ob bissl... Irgendwas wird klein. Irgendwas... Irgendwas wird's schon sein. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das als Holz oder als Planken brauchen, aber... Als... Planks. Salz hatten wir auch. Ja. Irgendwo. Ja. Unter den Knochen. Genau. Ähm, dann brauch ich noch so normale Kisten. Steinchen und Holz. Ah, das alles immer ins Inventat dahin hopst, wo es nicht hin soll. Nur die Augen aufsperren. Dann... Nein, das ist immer die Taskleiste, sag ich mal, zulegt. Das nervt. Das, äh, alles was wir an... Ein Eischen haben? Okay. Okay. Salz und das Leder. Das muss ich glaub ich auch schon trocken, oder? Achso, nehmt ihr das. So... Was habt ihr denn am... Wo seid ihr denn am Bauen? Ich bin im Sägewerk und mach ein paar Kisten. Ihr macht Kisten? Richtige Kisten? Mach erstmal eine... Nein, keine richtigen Kisten. Ähm... So... Sonderkisten. Mach erstmal eine einzige, bitte. Und guck, wie die ist. Und dann... Ähm... Ja... Können wir entscheiden, ob wir da große austauschen, oder ob wir noch weiter warten, bis wir zu Fässern kommen. Ja, Papa. Nichts überstürzen. Nichts überstürzen. Okay. Dann, bei mir... ... hat das Leder einfach getrocknet. Sieht gut aus. Ist halt auch noch eine Level 1 Kiste. Oh Gott. Ja. Wir hatten neun Plätze, aber wenigstens neun Minecraft Plätze. Ich kann Sachen reinmachen. So geil. Jetzt guck mal, wie das Rezept ist für die, äh... Mark 2 Kiste. Äh... Will ich das sehen? Oak Bugs. Doch, wir können... Du hast doch Bugs gemacht. Hol mal Bugs. Mekwisto. Oh, denn ich finde überhaupt gar kein Rezept für die zweite Kiste. Die grüne, ja. Ah, vielleicht muss ich eben neigucken. El Jai. Ich geh rüber. Da brauchen wir nämlich diesen Mahlstein, glaube ich. Bei mir steht nur unfamiliar item. Du musst warten und dann kommt noch ein anderes Rezept. Any Barkwood. Ja. Immer wichtig gucken auf das Accept Any und das ist dann das, was du brauchst. Das klingt ja... Ach, der fängt schon wieder an mit sterben. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Hab ich echt irgendwo noch Bugs hingemacht? Ja. Ja. Na, die hat, glaube ich, 2... 2... 2... 4... 2... 4... Ja. Sabot. Ah, nee, das ist gerade fertig geworden. Sehr schön. Na, ist die Frage, ob sich das jetzt lohnt. Auf jeden Fall kriegst du die Sachen leichter rein und raus als bei den anderen. Also, finde ich jedenfalls. Ich bin hier jetzt eure Meinung noch gefragt und gefordert. Ja. Ich bin die dritte Tierblase gar nicht mehr. Ich bin auf dem Tisch. Barrels? Japp. Barrels of Wades. Was sagst du dir? Ich will sie gleich hin. Ich muss sie erst mal füllen mit Wasser. Ach so, die Barrels. Wasser Barrels. Was sagst du dir? So, ich muss jetzt wieder Leder machen, das nervt. Wir halten, äh, 8 Eimer Wasser. Schösser. Nicht. Zombies nerven wieder. Okay, wir müssen jetzt das Indianerzeug machen. Was ist denn das Indianerzeug? Nein, Tippie und sowas. Out of the weather. Need a place to sleep at home. Craft a Tippie. Shake, rattle and roll. Craft a rattle. Flute. And drum. Need it for totemic ceremonies. Die Flöte haben wir ja schon. Ja, die habe ich ja doch mal gemacht beim letzten Mal. Das sieht nicht gesund aus. Ähm. Die kaputt gewesen, Mavia. Warum hat der jetzt hier schon wieder angefangen, irgendwelchen Blödsinn zu machen? Der hat Mavia vereist. Wer denn? Shadow war gerade hier. Deswegen war Mavia so seltsam. Guck, hier. Genau, und ich habe jetzt wahrscheinlich auch wieder Eis dran. Nö. Aber Mavia hat plötzlich Eis gehabt. Ja, der kam ein wenig entweder vereist oder wasserüberzogen hier herein. So, was tun wir jetzt? Musik mit den Fässern machen. Huhu! Ey, wie wärs denn jetzt mal aus dem Leder ein Bett craften? Das typisch zum Beispiel. Ich versuche ja gerade weiteres Leder herzustellen. Ich glaube wir brauchen noch mehr so Dings da. Könnt ihr mir mal noch so ein paar Trocknungsteile bauen? Können wir? Dry Racks, oder wie die heißen? Ja. Drying Racks. Wir haben kein Platz. So, warum gehe ich eigentlich immer mit dem Wasser unten holen? Wir haben hier jetzt Wasser hier. Ich habe auch gut dabei. Ich persönlich habe mich ja immer unten ans, äh, an den Fluss gestellt und das ganze dann in meinem Inventar gecraftet, statt hoch zu rennen. Aber, das ist scheinbar ein bisschen zu fortgeschritten. Da hat irgendjemand was ins Eck geschmissen. Ground Resin. Äh, brauche ich doch das Resin. So, ich habe noch ein paar Fälle auf. Achso, ne, warte. Ich habe noch vier Drying Racks. Dann hängen Sie bitte beim Feuer drüben auf, danke. Schon fertig. Was machen wir jetzt mit dem Leder? Nee, wir gehen damit. Ich bin fertig. Pellets auch. Äh, wer auch immer gerade meine Holz, äh, Dings einfach gesammelt hat. Ja, bitte. Ja. Ich nicht. Okay, wir haben jetzt sechs Leder. Was machen wir aus dem Leder? Nimmst du damit den Pellets? Also Pelt? Können Sie den auch nehmen? Wir können ein Storage Upgrade machen. Leder Bolzen. Leder Bolzen. Pellets Upgrade. Leder Faden, Leder Sattel. Leder Rüstung. Eine Schlafmatratze können wir bauen. Und das Tipi. Wir beginnen das mit dem, mit dem Pelz. Dann bauen wir mal das Tipi, oder? Ich weiß nicht, ich bin dumm. Machen wir mal das Tipi. YMCA. Da war aber kein Indianer dabei, glaube ich. Och. Tada. Ich stelle es mal in den Garten. Geht nicht? Hier. Das ist sieben hoch. Also... Hinter die Feuerstelle. Das ist sieben hoch. Sechs oder sieben, ja. Das braucht ein bisschen Platz. Vielleicht auch breit, oder? Nein. Das ist drei oder... Ich glaube, drei mal drei breit. Oh. Im schlimmsten Fall brauchst du vier mal vier. Ja, drei mal drei. Dann stelle es noch ein bisschen nach hinten. Dann stehe ich hoch. Ja, so das mal... Hose. Ah, komm. Maybe auch Hose. Gefällig. Spawnpunkt. Da kannst du jetzt Spawnpunkt im Tipi setzen. Kannst du dann zumindest die Nacht überschlafen. Okay. Only sleep at night. Aber ihr habt das noch... Ich muss noch weiter nach hinten. Muss ich das wieder mit leerer Hand anklicken, oder? Ah, jetzt. Mittelfox. Jetzt noch ein bisschen nach rechts. Stell es hin, wo er wollte. Ich kümmere mich ein bisschen. Creeper. Boom. Mach'n Creeper. Also, ich höre es jetzt schon. Wo machen. Ups. Meine hellseerischen Fähigkeiten sind schon mal wieder gigantisch. Ach, Varuna. Lass uns wenigstens was Wichtiges weggespringt. Nichts. Ist doch aus. Ach, stimmt. Hast du auch... Na. Gott sei Dank. Warum kann man das... Ach, das braucht mehr Platz. Das hat Varuna uns ja geschrieben gehabt. Letztes Jahr hat's ausgeschaltet. Ja. Ja, ist schon ein Geschickter. Jetzt wissen wir auch warum. Ich sag nur beim ersten Mal unser halbes Haus weg. Also nächstes machst du aus dem Leder bitte die... ...Lead... ...Leine. Danach können wir dann anfangen mal ein paar pferdebetriebene Maschinenchen zu bauen. Ähm... Ich hätte gerne ein bisschen Gras... Das versuche ich mir mal... Äh, versuche ich uns mal zu machen, aber... ...wieweit wir da heute noch kommen, ist fragwürdig. Und noch ein paar von den... Ich bin jetzt schon wieder mitgenommen... ...Blöden Schränke. Ah... Okay, wir haben jetzt eine Trocknungshütte. Hier habt ihr das Resin mitgenommen eben. Wo ist das? Ah, das ist wieder da. Ich hab nix. Dann kommen wir noch... ...Wasserbeutel... ...haben wir noch Wasserfässer? Außenstehen noch zwei, ja. Du kannst sie auch... ...ääh... ...aufnehmen... ...und zum Flusstragen wieder auffüllen. Am Stück? Cool. Du hast ja dann auch das Wasser weg, oder? Äh... So... Jetzt steht das Tipi mal ein bisschen schöner. Wie... Kannst ins Wasser platzieren, aber... Das ist ein Container. Du musst da mit einem Eimer... ...mit einem Gefäß Wasser reinfüllen. Ah... ...oder es wird durch Regen gefüll... ...ääh... ...gefüllt. Das kann sein. Man weiß... Okay, das mit dem Container hab ich verkackt. Kann nicht drin. Ich hab so versucht mit dem Fass... ...Fass ins Wasser und... ...ich hofft, es wird voll... Hm. Was hat denn ihr hier gemacht? Stimme Dinge. Wo habt ihr das ganze Leder her? Hey, wir hatten ne Menge Fälle... ...und die haben wir alle... ...äh... Du hast mir doch die Kuhdinger gegeben. Ich hab doch gesagt, aus einer Kuhhaut kamen vier Leder. Hm... So viele. Die hab ich denn alle weiterverarbeitet. Ähm... Äh... viele. Was ist denn bei dir los? Du bist auch grad plötzlich mit Eis gewesen. Wahrscheinlich hat Shailor irgendwo ein Totem hingesetzt. Warte, ich komm aus dem Wasser. Sollte er diese Folge sehen und sollte es wahr sein, dass er hier irgendwas hingesetzt hat, dann entferne es. Und zwar zackig. Immer noch? Ah, jetzt seid ihr weg. Nein. Immer noch? Diesmal nicht. Dann kann ich das nicht reproduzieren. Ah... Da sieht man, wie das Leder durchtrocknet. Dui... Jupp... Jupp... Und fertig. Hä, wie baut man die Feuerstelle ab? So... Jetzt kommt das Leder hier nochmal drauf. Och, jetzt hast du schon wieder mein Rezept runtergenommen. Gerade jetzt, wo ich's craften wollte. Hat nur Resin draufgelegen, das war's. Außerdem brauche ich auch hier eine Stelle zum Craften. Du hast hier drei Stellen. Nimm dir eine. Ich hab nicht alle drei. Die in der Mitte. Links, die war nie benutzt. Ah, ich kann nicht shift links klicken. Ich kann jetzt shift rechts klicken. Nicht alles gleichzeitig auf dieses Ding. Das ist so nervig. Was kannst du denn überhaupt? Sag mal an. Im Gegensatz zu dir, den Weg nach Hause finden. Aha. Nicht sterben bei Monstern und nicht cheaten, um meine Sachen zu finden. Soll ich die Liste fortführen? Um die Sachen zu finden, hab ich nicht gecheatet. Die musste ich so finden. Aber du wolltest unbedingt die Aufnahme beenden. Und da wir nur einen Cut gemacht haben, musste ich ja irgendwie schnell bitte dahin. Ohne zehn Stunden zu warten. Wir sind auch schon wieder am Ende fast. Stimmt. Dann kann ich die jetzt hier aufhängen und für die nächste Folge mach ich uns einfach mal ein bisschen mehr Leder. Damit wir dann aus dem Leder... Was wolltest du? Lederstrips oder so haben? Eine Leder. Eine Leine. Damit wir die Pferdchen einsammeln können. Sage Zero. Und ja, vielleicht wird wir hier noch ein bisschen was bauen. Ich finde keine Lederliner. L-E-A-D. Also Blei. Ah, die brauchen Lederstrips. Die brauchen Lederstrips. Okay. Das kriegen wir hin. Das werden wir wahrscheinlich außerhalb der Aufnahme machen, weil das ist nicht schwer. Uh. This is getting strenuous. Ja, und dann sind wir für heute durch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Und äh... Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Los gibt's bei Twitter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn irgendwas ist, meldet euch bei uns. Wir sind erreichbar. Hm. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Ciao Leute. Bye. Bye. Bye.